Denny Welbeck. Da verlieren sie den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Spielt den Ball in den freien Raum. Tolle Flanke. Mané, jetzt haben sie es, sie führen hier. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer.